Guten Morgen, hier spricht Steffen Lukas von Radio PSR. Falls Sie der Meinung sind, ich bin Steffen Lukas, dann haben Sie sich geirrt. Ich zeige Ihnen jetzt mal Steffen Lukas. Hallo, ich bin Steffen Lukas und ich habe tierisch einen an der Klatsche, weil am 11. Oktober feiere ich Weihnachten. Herzlichen Dank auch. Bei Radio PSR gibt es ab heute Weihnachtsgeld. Sagen Sie uns einfach Bescheid im Internet, wie viel Sie wollen und wofür Sie es ausgeben wollen. Und dann Radio PSR hören, wenn Sie Ihren Namen hören, anrufen und schon haben Sie die Knete. Wow!